Okay, schön. Gehen wir 180 Grad nach rechts. Machen wir nochmal, weil das Ausleiten jetzt ein bisschen früher das Anbremsen kommen kann. Und nochmal Hände hoch. Anbremsen, halten und lösen. Jawohl. Und anbremsen, halten und lösen. Jawohl, und nicht ganz so toll, anbremsen, halten, lösen. Und beim nächsten Mal fangen wir ihn ab. Anbremsen, halten, lösen und jetzt anfangen. Und wieder freigeben. Jawohl, das war er selber. Achtung, Start. Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, und wir beginnen mit der Übung, Hände hoch, und anbremsen, halten, undlösen. Ja, man, anbremsen, halten, undlösen. Ja, man, anbremsen, halten, undlösen. Anbremsen, halten, undlösen. Und noch einmal, anbremsen, halten, undlösen. Und anbremsen, halten, undlösen. Und beim nächsten Mal fangen wir ihn ab. Anbremsen, halten, lösen, und zack. Und wieder frei. Ja, okay. Auch da Intensität hätten wir einen kleinen Schatten mehr sein können, aber noch immer. Und... ...schöne Sonne. Und der Stefan? ...schöne Sonne. Nach rechts, und... ...gernwein. Das war im Kopf. Ansehen, der kann das hier im Kopf gescannt. Das ist klar. In dem, dem, dem... ...richtungswechsel nach rechts. Bleib draußen, fliegt da rüber rechts. Fliegt da rüber rechts. Fliegt da rüber rechts. Fliegt da rüber rechts. Nein. Also den 15.15, dann die Vicente. Puh! Da müssen wir noch mal reden. ...und rechts, zack, und rum. Ja, und jetzt muss man mal reden. Und links, zack, und rum. Ja, und jetzt zum Abbrennen. Und rechts, zack, und rum. Und links, zack, und rum. Sehr schön. Und Außenseite stützt. Und rechts rum, zack. Und die Außenseite stützt. Und nochmal links rum, zack, und rum. Jawohl, ja, das sieht gut aus. Und rechts, zack, mal so schön was. Und nochmal links. Und die Außenseite stützt. Kommt links und jetzt die Außenseite stützen. Und noch einmal rechts und dann leiten wir aus. Sehr gut. Und links nochmal den Schwung. Und jetzt ausleiten. Außenseite stützt. Und rechts. Jawohl, das war sauber geflogen. Sehr schön. Und Richtung Rüsen, auf geht's. Ein bisschen näher links. Und gerade. Okay, da. Hände ganz hoch. Und anbremsen, halten, und lösen. Jawohl. Anbremsen, halten, und lösen. Anbremsen, halten, und lösen. Jawohl. Und nochmal anbremsen, halten, und lösen. Und zack, abfahren, und wieder freigeben. Jawohl. Auch das war guter. Jawohl, das klappt gut bei euch mit dem Abfahren. Schön am Rudel, Spendel frei. Das ist gut. Und nochmal rechts, nach rechts, Richtung Klose. Und nochmal konzentrieren. Und darüber, die 80er-Fahrzeug. Der Torwart. Weiter führen. Anbremsen, kontrollen. Und jetzt hier in der Höhe, gibt hier die Ente frei, alle leicht anbremsen, halten, und setzen sich rein. Super, das ist ein Dämpferrad. Okay, es ist ein Dämpferrad. Alles klar. Alles klar. Oh! Jawohl, super. Schönes Tining. Sehr gut. Und Jürgen, wir beginnen. Körpergewicht rechts und die Trense dazu und Richtung Wechsel links. Jawoll Ritchie, sehr gut erkannt, klasse. Und ein bisschen mehr, rechts und zack. Und links, zack und rum. Und rechts, zack und rum. Jawoll, rechts ist stärker. Dirk, Dirk, du fährst mit zum Plan Solo rüber, ne? Ja. Ja. Die linke Hand nur halb so stark ausleiten. Wir kommen noch ein bisschen mehr nach links, damit ich dich von hinten sehe. Ja, du merkst, dass nach rechts ging deutlich. Schneller rum. Und wir fangen nochmal an. Nach links. Klammer durch links und die Bremse dazu. Und nochmal rechts, zack und rum. Und links, zack und rum. Ja, Jürgen, direkt umsetzen, wenn du es hörst. Vor und rechts, zack und rum. Und links, zack und rum. Bisschen intensiver. Und nochmal rechts, zack und rum. Und Richard, raff deine Ausrüstung so wie du bist, direkt ins Auto und abgetrunken. Und ausleiten. Könnt ihr mit dem Dirk aufmachen. Mit zwei Mann, geraffen, dem Rest da vorne, wer witzig will, schnell zusammen parken, aufgehen. Ja. Okay, Jürgen. Hände ganz hoch. Und wir bremsen an. Und anbremsen, halten, und lösen. Und anbremsen, halten, und lösen. Jawohl. Und anbremsen, halten, und lösen. Jawohl. Und anbremsen, halten, und lösen. Jawohl. Und auf einmal. Anbremsen, halten, lösen, und abfahren. Und wieder freigehen. Warte jetzt nur, wie lange drauf ist. Okay, Jürgen, lösen sich dann. Nochmal die Acht trainieren. Und der Janschau Zug. Und anbremsen, halten, und jetzt wird sich da. Ja! Mitnehmen da? Und ist ja über der Been. Lag 5. Gehöhnt. 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 Keiner. Auf geht's. Mal ein Kammertwicht nach links. Links angehört und die Bremse dazu. Warte, warte, warte. Und jetzt mach ich du zu rechts. Vertraue mich. Pass auf dich auf. Wunder, zu links. Auf geht's.